hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von let's play the walking dead in der letzten folge haben wir herausgefunden dass die die besitzer dieses ladens kennt vermutlich seine familie ja und wir sind weiterhin auf der suche nach batterien für das radio und ich würde sagen wir fangen einfach mal an und ich wünsche euch viel spaß so wir uns mal weiter um haben wir da das tor das schauen wir uns mal an ich glaube hier waren keine weiteren batterien mehr ich habe hier immer noch energie riege ich gebe ich den kleinen dach mal ein die eiskarte ok hier waren wir überall schon mhm 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 zeitung untersuchung vielleicht gehen wir den nächsten energie regeln noch einfach zu larry Klang hier nicht gerade sehr überzeugend. So, jetzt gehen wir mal ins Büro. Auf jeden Fall eine Menge Blut auf dem Boden. Erste-Hilfe-Kasten. Bettzeug untersuchen. Okay, und ein Bild. Anscheinend wirklich seine Familie. Ein Foto der Familie. Ja. Es ist eine Foto der Familie, die in diesem Ort befinden. Sie können uns die Chancen anbieten. Ich weiß, wer Sie sind. Sie sind Lee Everett. Sie sind ein Professor in Athens, der hat einen Staatsanwalt gebeten, mit Ihrer Frau. Das ist Ihre Eltern. Die Leute in der Stadt wissen, dass der Herr Kanzler hat sich eine life-sendung. Aber ich bin ein Reporter für W.A.B.E. in Atlanta. Ich habe mich auf diesen Trial gebeten. Vielleicht bist du ein Mörderer. Aber ich bin nicht wirklich egal. Ich bin ehrlich gesagt, das ist eine Fähigkeit, die könnte in Hande kommen. Hm. Hast du dir jemanden aus dem, was du warst? Oder du warst mit diesem Ort? Nein. Nein. Ich bin nicht erstmals für eine Worte. Ich bin ein Worte. Du bist ein guter Mann. Du bist ein guter Mann. Und das letzte Mal brauchen wir ist drama. Du hast diese kleine Frau zu beachten. Und... Schau, nicht mich falsch auf das. Ich habe das nicht gedacht. Gut. Wenn das länger dauert ein paar Tage, und du ein Detrimmant zu der Gruppe, dann hätten wir ein Problem. Ich verstehe. Ich habe es nur zu mir. Danke. Danke. Don't worry about it. Oh, okay. Also, wir haben jetzt erfahren, dass Lee... Wahrscheinlich... Ja, den Liebhaber seiner Frau umgebracht hat. Eieiei. Was haben wir hier? Die Palette. Ich habe tatsächlich einen Schwerwerwerwerwer mitgebracht. Weil Cain hat dieses Ort besser als jeder Schwerwerwerwerke. Und er wusste, wie er es kürzer aussieht. Wie du mit deinem Hatt hast. Mein Vater hat es mir gegeben. Sieht, Vater ist so smart. Wie das. Hier sind vielleicht irgendwelche Batterien. Du brauchst nichts, oder? Du brauchst nichts, oder? Nichts. Ich bin viel Hunger. Okay. Gut zu wissen. Und du hast keine Allergien, oder was ich sollte wissen, oder? Nichts Kinder haben Allergien, oder Asthma, oder nur... General Maladies. Mein Freund Alfred hat eine Allergie. Aber du bist? Ich glaube so. Okay. Hier geht's. Lass uns dieses Ding wegschieben. Lass uns dieses Ding wegschieben. Es ist nur kompliziert. Ich hoffe nicht, es ist nur kompliziert. Ich hoffe nicht, es ist nur kompliziert. Das ist alles. Es ist alles. Es ist nur wichtig. Aber du liebst sie, genau? Ja, natürlich. Ich hatte etwas Ärger. Okay. Okay. Dann machen wir erstmal den Fernseher an. Ja. Sie werden uns finden. Okay, da hatten wir ja schon geguckt. Eigentlich müssen wir noch Verbandszeug finden. Hm. Vielleicht ja dort. Okay, oder auch nicht. Oh, haben wir vielleicht sogar was dabei? Okay. Okay. Okay, ich glaube wir können weiter nichts tun. Hm. Vielleicht auch nochmal gucken im Verbandskasten. Ja. Okay. Dann geben wir ihr mal ein Pflaster. Okay. 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 Wie geht's deinem Finger? Wie geht's deinem Finger? Hast du von Glenn gehört? Glaubst du alle sind okay? Glaubst du alle sind okay? Ja. 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 Vielleicht nicht der sicker Mann. Ja. Wir werden uns auf den Augen aufhören. Und da war das Ding in der bathroom. Du hast mich versucht. Ich weiß. Okay. Okay. Das war's. Okay. Können wir hier noch irgendetwas tun? Zum Ausgang? Okay. Lee? Ja. Nein, das war er nicht. Nein, das war er nicht. Oh. Was he bad? He was. Okay. Okay. Da waren wir jetzt also. Hab ich ne Batterie übersehen? Grußkarten? Ja. Okay. Glenn ist da oben auf der Motor Inn. Hey Glenn. Wir werden uns überlegen und senden eine Gruppe zu kommen. Okay? Awesome. Ich sitze bis dann. Sounds gut. Ich werde das noch nicht bis wir Glenn zurückkommen. Ich werde gut sein. Was denkst du? Ich denke, Doug ist nicht großartig über Zombies. Du hast deine Familie hier. Ich werde Carly und ihr Dedei zu den Motor Inn, und zurückkommen hier schnell wie ich kann. Wenn das was du willst, jemanden muss. Ja. Ich bin in. Gut. Das klingt nicht zu schlecht. Jetzt klingt das nicht schlecht. Ich weiß, dass du, als du raus willst. Ich könnte einen Jog benutzen. Ach, das noch. Ich bin in. Ich bin in. Okay. Gehen wir nochmal zu Doug. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Gut. Wollen wir uns mal um? Guck mal um. Wie geht's? Arsch? Okay. Das hatten wir alle schon. Hm. Das können wir mit der Fernbedienung machen. Okay, nix. Ein Ziegelstein. Okay. Kann ich vielleicht den Gehstock nehmen? Probier's mal. So, das war im Büro. Dort. Nee, den kann ich nicht nehmen. Okay. Also doch nicht. Mhm, 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 mhm. Tja. Das hatten wir auch schon. Reden mit Carly. Okay. Bist du bereit für da draußen? You ready to head out? You got it. You? Ja. Ja. Let's go. Shit. Get down. Get down. Did you see that? Sure did. Be ready to shoot. Guys. Oh, man. I'm glad you're here. Jesus, Glenn. Right there wasn't so hard. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way. We gotta go. Now. Listen, I was out here looking for gas. And then, up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked and she got frightened. I was trying to get in and help her and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me and I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can. You guys are suicidal. Over a girl. I'm saving her. With or without you. Think about if it was you. Fine. Go, come. Let's go save Glenn's damsel in distress. Ob das so einfach wird, ich verzweifle das. Hsienf all ne menge Zombies. Ja, ich würde sagen, das war's auch schon wieder für diese Folge. Und in der nächsten Folge sehen wir mal, ob wir leise und ungehindert an den Zombies vorbeikommen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!